Hallo, wir sind hier beim Cape Epic und ich will euch unser neues sexy Gerät vorstellen. Das ist der neue Prototyp von Bulls, das neue Wild Edge. Zuallererst eine Wahnsinnslinie. Also es sieht einfach sexy aus, es fährt sich auch so. Wir haben jetzt schon ein paar Tage hier beim Cape Epic und wir lieben das Rad. Du hockst dich drauf und es passt einfach von Anfang an. Aber ich will euch ein bisschen beschreiben, was wir an dem Ding alles neu gemacht haben. Also erstens die Linie. Der Dämpfer sitzt jetzt in einer Linie mit dem Oberrohr und mit der Sattelstrebe. Und das macht schon mal ein ganz anderes Bild. Dann haben wir einen ganz neuen Schockerlink hier verbaut. Der ist einfach kompakter, funktioniert besser, ist steifer im Hinterbau. Wenn du antriffst, das Ding geht vorwärts. Das kann man gar nicht beschreiben. Und der größte Punkt ist hier die Geometrie. Wir haben ganz besonders darauf geachtet, dass wir eine ganz neue, moderne Geometrie machen. Mit einem langen Reach, flacher Lenkwinkel, ganz kurze Kettenstrebe. Also es ist im Prinzip ein ganz anderes Rad wie das alte Rad. Und der Lenkwinkel liegt jetzt so bei knapp 68 Grad für die Kenner. Und die Kettenstrebe ist ein Zentimeter kürzer geworden. Man sitzt jetzt viel tiefer im Rad drin. Das Ding geht um die Kurven. Es macht richtig Spaß, das Ding reinzuschmeißen. Was haben wir noch neu gemacht? Wir haben darauf geachtet, dass wir jetzt einmal 12 fahren. Die neue XTR mit super Bandbreite. Das heißt, wir können gar keinen Umwerfer mehr verbauen. Weniger Gewicht. Wir können das nochmal viel steifer machen im Drehlagerbereich. Und das macht sich einfach auch bemerkbar. Wenn wir den Dämpfer blockieren und du antrittst, das Ding geht einfach vorwärts. Dann haben wir einen ganz neuen Standard hier bei der Bremse gemacht. Flat Mount. Neuer Standard. Schmaler Hinterbau. Das Ding hat eine Linie. Tipptopp. So, dann haben wir beim neuen Wild Edge auch eine Dropperpost schon mal vorausgesehen. Wir können die einfach einbauen. Die Züge sind innen verlegt. Dann haben wir zwei Flaschenhalter, auch wie beim alten Wild Edge. Das ist eine große Erleichterung. Das heißt, wenn wir auf lange Touren gehen oder auch hier beim Cape Epic, wir brauchen immer zwei Flaschenhalter. Damit wir zwei Flaschen mitnehmen können, dann brauchen wir keinen Trinkrucksack oder irgendwas mitnehmen. Das ist heutzutage ein Muss. Jetzt fahren wir neuerdings auf Fox Komponenten. Wir haben die 32er Gabel. Das Ding ist auf 100 Millimeter ausgelegt. Der hintere Dämpfer. Wir haben uns Zeit genommen mit Fox. Wir sind zwei Tage bei uns in die Pfalz gefahren, haben das Ding getestet. Und das Ding ist jetzt einfach perfekt abgestimmt. Also es macht richtig Spaß, das Fahrrad. Ich hocke mich drauf und ich fühle mich superwohl drauf. Ich kann im Pfälzer Wald überall auch hier einfach Vollgas fahren. Und das macht einfach tierisch Freude. Ich hoffe euch auch.